Willkommen zu unserem Video über die klassische Temperaturstation WS 9767 von Technoline. Die WS 9767 bietet eine Innen- und Außentemperaturanzeige. Egal ob Sie die Temperatur in Ihrem Wohnzimmer oder die Außentemperatur wissen möchten, dieses Gerät liefert Ihnen genaue Informationen. Mit der Temperaturtendenzanzeige können Sie die Temperaturveränderungen im Laufe des Tages verfolgen und entsprechend planen. Diese Temperaturstation kann bis zu drei Außensender empfangen. Das bedeutet, dass Sie die Temperatur an verschiedenen Orten gleichzeitig überwachen können. Die klassische Temperaturstation WS 9767 von Technoline ist ein unverzichtbares Gerät für jeden, der seine Umgebung genau im Blick haben möchte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017